Oh, Scheiße, ich bin, ich wollte mein Mausbild sauer machen, bin an die Maustaste gekommen. Hallo und herzlich willkommen zur Reisegruppe Chaos mit Benji und Beutel und ja, geschissen kriegen wir wieder nichts, nur aufs Maul. Und ansonsten jede Menge Dummschwarz, eher weniger Schießereien, also seid vorgewarnt, wer ja große Schießereien erwartet, ist in diesem Video leider falsch. So, und dann wünsche ich euch für die, die es sich trotzdem antun, viel Spaß. Und dann ist keiner drin. Oh, abschießt er. Au! Vorher getroffen. Geht mal weg da. Kommt der noch von links? Kommt der noch von links? Das Gefühl, ja. Benji, raus aus der Schusslinie. Benji, raus aus der Schusslinie. Warum hört der nicht? Bin doch raus. Ne, wer ist denn das dann? Oh, meint ich. Au. Oh, der hat es mir gegeben, Alter. Der hat eine Granate zurückgeschmissen. Oh, oh, oh. Dann heilt euch mal, dass er kommt. Bewegt euch mal nicht weiter, das ist doch scheiße. Ja. Ich bin in den Decken und bewegt mich nicht. Aber einer muss sich heilen jetzt. Genau. Ich? Da heil ich mich auch. Ich bin am Durchschrank. Hier ist jemand auf jeden Fall. Oder ist das irres? Ist er tot? Ah, nee. Ich natürlich. Ich gebe ihn auf. Ich gebe ihn auf. Wo ist er denn? Ich bin geblendet. Ich sehe nichts. Watz, wo bist du? Ich bin tot. Irgendwie. Alter Schwäner. Leck mich am Arsch. Nicht mal Kills gemacht, Alter. Ich habe ihm 24 Hitcans reingedrückt. Aber leck mich doch am Arsch. Davor zur Tanker, Beule. Gibt es da? Ich renne schon mal rüber. Das ist ein Bierchen für uns. Genau. Gibt es? Sternbohrer. Gibt es? An der Tanker holst du mir immer auf Haxe. Echt, ja? Ja, so hoch, weh. Guck mal, ob die Bocklörste schon warm sind. Sonst schieße ich in die Knochen weg. Oh, ich glaube, die Würstchen sind mehr als warm. Die Bude brennt. Die haben sie abgefackelt. Das ist mir nichts, wenn Matze nicht bei uns ist. Ich höre euch. Naja, ich will nicht auf dich schießen, Matze. Jetzt ist das Geheule wieder groß. Ja. Ich sehe euch. Ich komme auf den rechts, nicht erschrecken. Ah, jo, okay. Ich höre schon wieder keine Schüsse. Was ist denn los? Ja. Das sollte es uns recht sein. Ne, da höre ich lieber Schüsse im Ressort. Ja, das stimmt aber, Tings. Und das ist richtig ruhig hier. Ich renne hier unten, auf der Seite lang, weil die Wahrscheinlichkeit, dass von da unten einer schießt, etwas geringer ist als von der anderen Seite. Und dann würde ich jetzt die Villa erklimmen. Mit heldenhaften Schritten. So, na dann, hin, ihr Recken. Ich weiß nicht, ob der Vortereingang cool ist. Ne, wir können auch hier rein. Das kann man nicht haben, den Vortereingang. Ach so. Aha, der wird gelootet. Ich kenne mich hier nicht aus. Rechts hinter das Haus. Du musst da zu dem Haus. Genau. Zu dem. Aber dahinter. Ja, dahinter. Was ist dahinter? Ja, weil... Ne, hier kann er da auch rein. Ja, aber... Du willst du nicht noch auf die Reine Tür? Ne, hier ist doch die Tasche. Ne, hier ist... Hier kann es aber auch rein. Das muss ich nicht... Ne, es gibt nur die eine. Oder? So. Ne, da vorne gibt es auch eine, stimmt. Seid ihr schon drinnen, ihr Maten? Ja. Soll ich das machen oder kommst du rein? Ich komme rein. Ich mach's wieder zu. Hier der gewählte Blitz. So, Blumenvase. Geht's in den Versor? Beutel, ich glaube, das ist oben. Du musst erst mal eine Treppe finden, Alter. Hier. Hier. Lootgeil. Kommt hier nicht hoch. Hier, du musst mit zu mir ins Zimmer. Hier. Hier ist die Blumenvase. Ich hab keine Ahnung. Ah, hier. Ich hänge hier unten am Computer. Oh, T-Platz. Ah, ich hab T-Platz. Ich muss raus. Cool. Ah, hier an dem Blumentopf musst du gucken. Hast du das? Was ist denn ein T-Platz? T-Platz. T-Platz. Ein antiker T-Platz. Du brauchst zwei Stück. Ich hab hier nichts, Alter. Was ist denn dieser toten Pute los? Achso. Ja, was? So. Ja. Oh, scheiße. Ich wollte mein Mausbett sauber machen, bin an die Maustaste gekommen. Oh, hab ich mich erschrocken. Und einen Beutel fast erschossen. Jetzt weiß ich nicht, was die erst. Oh. Alter. Ich hab mir gerade so schön das Mausbett so sauber gemacht. Bin an die Maustaste gekommen. Dann raus hier, oder? Ja. Da geh ich schon mal zu meinem Skeftor und den Schroder schossen. Profan. Was? Profan? Was ist profan? Weißt du, ich hab ne Profan-Gasflasche gefunden. Ist aber Propan. Profan. Ist das nicht sowas wie Einfach oder sowas? Ich bin noch drin. Oder bei eurem Skeftor-Sport-Wennert. Na los. Ich würde nämlich nicht ausversehen, ob irgendjemand schießen. Ich sitze hier im Busch, ne? Hier ist noch was zum Hüten. Alter, da schiebt der mich rüber. Das sind so geile Bluter. Knallen ab, Junge. Knallen ab. Du hast mich voll rüber geschossen. Oh, hier ist was Kohlendrin im Beutel. Bleib willst du das an. Schießen die Knochen ab. Also deine Westen ist da drin. Also. Satz schon drinnen. Na guter. Matze, du bist Richtung? Ich bin vorne an der Skeftor. Richtung Norden. Sehst du? Ja, Skeftor. Was? Ne, Norden kann das nicht sein. Ich hab auf den Kompass geguckt. Oh, hier ist Minenfeld. Wo ist denn hier eine Skeftor da? Hier rechts. Gerade rechts. Doch, du hast recht. Richtung Norden, genau. Ich hänge hier an den kleinen Felsen. Ja, ihr rennt irgendwie falsch. Ich bin noch ein Felsen weiter. Links, links. Ich bin hier. Oh. Da vorne hat er noch ein Skeftor erschossen. Ne, der Schuss ging auf mich. Achso. Benji, lebst du noch? Ja. Ich bin da glaube ich schon ein Stück weiter weg. Du bist links, ne? Ey. Da hinten ist ein. Wer ist links? Achso. Achso, es ist Benji. Das bist du. Da vorne steht jemand. Das ist nicht einer von uns. Aber das war nicht der, der auf mich geschossen hat, ne? Sicher? Ja. Jeder mit Basecaft war das. Der war rechts hier irgendwie, der Skeftor auf Beugel geschossen hat. Okay. Das war kein Skeftor, oder? Hat er gepflegt? Echt? Hat er halt gepflegt? Oh, das ist zu geil. Mhm. Die alte Plägtfresse. Benji, hast du den Schlüssel hier mit? Ich gucke mal mit. Das ist so ein Schlüssel, den du dich auspacken. PS oder BS? PS. Wie? B? Wie Bertha? P. P wie Penis. Ah, okay. Aber hier 7,62. Achso, ja. Ich bin über dem Felsen. Bist du über dem Berg, sozusagen? Na, hat sich doch schon gelohnt daran. Golden Star findest du und nicht alle Tage. Das kann man gut getrauchen. Mhm. Bist du mit seinem Alarmrucksack, Junge. Hä? Weil da roter Alarmknopf dran ist. Hahaha. Ich will ja so eine kleine Tasche wahrscheinlich. Er sieht für mich aus wie ein Alarmknopf. Doch keine Schüsse hier, ne? Komisch. Jeder Schuss, den wir nicht hören, ist ein Schuss weniger auf uns, Alter. Das ist eine alte Darkoffweisheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Wurzter gerade beschossen heute, wenn du das Ruh geholt hast. Hahaha. Ja. Das ging auch nicht. Das ging auch nicht. Ich habe im Cottage auf dich geschossen. Das hat ja auch nicht geschmeckt. Hahaha. Achso, ja. Und gerade hier bei der Skeft-Bute, ja. Genau. Den meinte ich. Hm. Ich kriege die Seife nicht. Er starb für ein Stück Seife, Junge. Ja, es kriegt es. Ah. Für ein Stück Seife würde ich sterben. Schöner Titel. Ja. Ey, kommt ihr mal. Ja, Mann, ich musste ab fünf Minuten gebrauchen, die Seife. Rübezähler. Was ist denn die Mehrzahl von Rübezahl? Rübezähler. Ja. Rübenzähler. Was sind wir denn überhaupt? Ich glaube, Benji und ich sind völlig falsch gelaufen. Ja, wir sind am Alpendorf. Ey. Oh, nee. Aua. Das hat schon wehgetan beim Rotorennen. Hahaha. Einer mit Profis. Wir sind auf der Seife ausgerüstet. Wir sind im Weg ja schon tausendmal gerannt. Auf der Seife. Wachter. Was? Seebeutel. Nee, alles gut. So. Ich bin ja vorne wieder schon am Sandhügel, wo wir mal hochrennen. Ich bin an dem Durchgang durch die Felsen. Achso, gehst du da durch, ja? Ja, müssen wir jetzt. Ja, und dann trefft man rechts rüber, ich komme von oben runter dann. Sind durch und sind bei den Strommasten. Äh, Stromkabel. Okay. Ja, schon. Hier bin ich. Rübenzähler. Kennt ihr eigentlich Rübezahl? Ja, na klar. Okay. Sind Rübezahler. Gut, sehr gut. Also ich weiß zwar nicht mal genau, was er macht. Das weiß ich jetzt auch nicht, wie die Geschichte war. Ich habe das auf Schallplatte immer mit meiner Tochter gehört, aber ich habe es auch vergessen. Gibt es immer Eingebände dabei, Alter. Gib es zu. Hier rennt jemand auf Holz. Oh, ist schon jemand da. Ups, Käffi, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wie kommst du da drauf? Ah, ja. Ah, ja. Redest du hier. Selb, ne? Selb, ne? Redest du durch den Gartenzaun? Ah, das war's. Erste Halt. Schieß er drüber, schieß er drüber drauf. Achtung, ich renne rüber. Nicht mich erschießen. Mensch, gehst du in den Schweinestall oder wie machen wir es? Ja, klar klar. Geht er in sein Haus? Ah, hier ist noch einer. Wo bist du das? Hier rennt einer rum. Im Haus. Bei dir. Ich? Ist jemand in meinem Haus? Ja, ich. Boah, Matze. Dann geh ich rüber in deins. Ja. Aber erst gut ist hier die Granatengiste hier draußen. Ja, macht's ab. Ich geh in mein Haus. Tatsächlich ist wieder eine Granate drin. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. So, na, das war doch super, Leute. Na ja. Bisschen wenig kämpfen hat man heute. Ja, aber es liegt ja nicht an uns. Na doch, weil wir nicht den Kampf gesucht haben. Aber ist okay, wir wollen mal ein bisschen looten. medicinal. Schön. Alles好, oder was ich? Grüß Gott.